Ja moin! Wenn du innerhalb der letzten 30 Jahre geboren wurdest, ist es relativ wahrscheinlich, dass du schon mal im Computerraum in der Schule Videospiele gespielt hast. Egal ob 1001 Spiele, Spiele Affe, Spiele Karussell, wir haben uns alle die größte Grütze gegeben. Und ich weiß nicht wie es euch geht, aber unter dieser Ansammlung der schlechtesten Spiele, die man sich ausmalen kann, so schlecht, dass ich das mit 8 Jahren schon begriffen habe, wie scheiße das alles ist, gab es immer wieder diesen kleinen Juwel, dieses Fünkchen Hoffnung, ein gutes Spiel unter 1000 absolut Beschissenen, an die wir uns immer noch Jahre später erinnern können, niemand weiß wie sie heißen und die in den Weiten des Internets verschollen sind. Ich möchte herausfinden, ob man heute, im Jahr 2024, immer noch solche Erfahrungen als Kind sammeln kann, oder ob diese Seiten einfach komplett geflutet sind mit absolutem Brainrot. Wir werden dafür durch jede Kategorie diese Spieleseiten durchgehen und herausfinden, wie scheiße sind Flashgames in 2024. Wir freuen uns. Ich habe dafür vier Kategorien, wie wir diese Spiele bewerten. Kreativität. Macht das Spiel irgendetwas neu oder ist es der 87. Minecraft-Klon? Charaktere. Spielen wir mit Default-Character-Model-01 oder hat sich da tatsächlich mal jemand Mühe gegeben? Gameplay. Ja, tatsächlich sollten die Spiele auch Spaß machen zu spielen. Hä? Pädagogischer Hintergrund vermittelt das Spiel Werte, wodurch man zum nächsten KLS oder zu einem tatsächlich akzeptablen Menschen wird. Ich bin gespannt wie ein Bierzelt. Ihr könnt mir hier nicht Winter Clash 3D zeigen und dann erwarten, dass ich irgendwas anderes spiele. Hier sehen wir den klassischen COD-Abklatsch, aber immerhin in kreativem Weihnachtsmann-Stil. Radioaktivität und die raushängende Unterhosen vom Weihnachtsmann retten die Kreativität. Drei von fünf. Wait, kann man hier rüberjumpfen? Oh, jetzt kommt's komplett aufs Maul. Damit ist die Map offiziell interaktiver als in Call of Duty. Gameplay. Vier von fünf. An sich ist der Weihnachtsmann ein cooler Charakter. Der IQ meines Teams zieht das Ganze aber etwas runter. Eins von fünf für den Atzen. Nevermind. Zwei von fünf für die Schwimmanimation. Pädagogischer Hintergrund. Schieß auf deine Angestellten bei Arbeitsverweigerung. Fünf von fünf Nestle-Mitarbeitern. Kreativität. Null von fünf. Das ist einfach ein geklautes Handy-Game. Charaktere. I mean, wir haben eine coole Pimmelnase. Dafür gibt es einen Punkt. Gameplay. Null von fünf. Digit, jeder zweite Knopf ist zum Werbung anschauen. Pädagogischer Hintergrund. Hilf Menschen zu überleben, damit sie mehr Werbung schauen können. Wir müssen nur genau das tun, was großen Firmen finanziell hilft. Und dann dürfen wir Hoffnung haben, dass es vielleicht uns irgendwann ein bisschen besser geht. Sehr sozialkritisch das Game. Drei von fünf. Das nächste Game ist grafisch das Beste, was wir bis jetzt gesehen haben. Das Ziel von diesem Spiel ist es, mit dem gesamten Bauer sucht Frau-Cast gegnerische Dämonen zu vertreiben. Wieso bekomme ich denn kurz nach dem Tutorial schon so hart aufs Maul? Natürlich, um mir im Shop mehr Helden zu kaufen. Der wie vorstellend, das ist die Angela. Ihre Freunde nennen sie aber Handbrems. Wisst schon, weil es immer so gut angezogen ist. Okay, lassen wir das. Kreativität gibt es hier nur vom Design. Das Spielprinzip ist bekannt. Zwei von fünf. Immer fünf geben, weil die Charaktere schaut einmal die Angela an. Der Joe ist auch schon komplett am Abzappeln, wenn die auch gestampft kommt. Gameplay, ja, zwei von fünf. Pädagogischer Hintergrund, lieber die Spalte fetten, als von der Fetten gespaltet werden. Ähm, excuse me, was ist die actuale f***? Jetzt mal no joke, das Game war gar nicht mal so einfach. Zum Teil, weil die Physik halt einfach nicht physikalisch funktioniert hat. Aber auch, weil es einfach wirklich eine Herausforderung war, wenn man das Level zu 100% abschließen wollte. Man muss öfter Vor- und Zurückabschnitte nochmal neu spielen, um wirklich jede Münze einzusammeln. Außerdem sieht unser Charakter aus wie der absolute Oberatze und hält sich beim Springen den Sack dafür schon mal fünf von fünf. Das Gameplay ist tatsächlich anspruchsvoll und braucht Skill vier von fünf. Ich bin jetzt legit schon seit fünf Minuten am vierten Level, das kannst du dir nicht ausdenken. Der Noob! Ich bin ganz ehrlich, dieses Spiel hat mir Hoffnung gegeben, dass dieses Projekt doch nicht kompletter Brainfuck wird. Kreativität, einfach weil man wirklich merkt, dass in den Leveln auch Arbeit drin steckt, vier von fünf. Ich gehe heulen, wenn Mr. Noob Hook Hero das beste Spiel von diesem Video wird. Außerdem bin ich gerade zu dumm für dieses Level. Bonuspunkte, weil man als Stadeos spielen kann. Pädagogik, nicht in die Kreissäge springen, fünf von fünf. Kennt ihr diese Spiele, wo man schon von Anfang an weiß, dass man bei einem absoluten Banger Game gelandet ist? Wenn man auf Optionen klickt und die Einstellungen sind das hier. Ich weiß nicht mal, was ich hier einstelle. Ist das Grafik? Ist das Ton? Hat das Spiel Ton? Das Spiel hat auch erstmal gar keinen so schlechten Eindruck gemacht, bis dass wir das erste Auto gefunden haben und gemerkt haben, ja, das Spiel hat Ton. Du klingst beim Schalten wie ein getunter Rollator. Plus Punkte, wenn ich den Bagger fahren darf. Spoiler, man kann den Bagger nicht fahren. Zehn Minuspunkte. Die Stunts waren dann auch eher ausbaufähig. Es gab auch keinen Grund, diese überhaupt zu tun. Es gab keine Bewertung oder überhaupt irgendetwas zu tun in diesem Game. Wait, ich habe den ersten Menschen gefunden. Die gute Dame sitzt auch einfach hier drinnen, egal ob wir mitfahren oder nicht. Immerhin kann man falsch blinken. Vier von fünf BMW fahren. Damit bekommt das Game insgesamt 13 von 20 in meiner bauchige, gefühlige Bewertungsskala. Keine Ahnung. Und da ich alleine die Jury bin, darf ich das auch. Edgy Batch. Bei solchen Games frage ich mich halt wirklich immer, wer spielt das? Abgesehen von Renate75, dessen Haupt-Hobby es ist, Norma-Kataloge zu lesen. Ich habe ja schon viele Spiele mit diesem Stil hier gesehen. Aber das hier ist mit Abstand das Schlechteste. Es reicht halt, wenn zwei Blöcke nebeneinander sind. Ja, das ist immer überall irgendwie der Fall. Du kannst halt wirklich einfach irgendwo hinklicken. Der Typ macht mich horny, vier von fünf. Gameplay null. Kreativität, drei Strafpunkte. Dafür einen Punkt Rentnerbonus. Und damit kommen wir zu dem, worauf ich schon die ganze Zeit gewartet habe. Sexistische Mädchenspiele. Wuuu. Ja. Shoutout an der Stelle an Love-Tester für diesen geilen Fullscreen-Modus. Gibt es noch Hoffnung in der Liebe für mich? Komm, Jimin, wir sind füreinander bestimmt. Oh. Eure Liebe ist nicht komplizier... Was? Kann er mal seinen Fettarsch wegbewegen? Gehst du mir fremd? Hold up, da muss ich meine wahre Liebe finden. Sugar, wir haben 75 und nen fetten Stinktier-Arsch. Aber da muss noch mehr gehen. Jumeko, ich glaube an uns. Junge, chill mal, ich will nicht entmonetarisiert werden. Wir sind ein guter Tee. Naja. Come on, come on. Sakura Miko, hast du das gehört? Das Game bekommt die volle Punktzahl. Choose a horse and rider. Wir erlösen mal den Tango von seinem Pilzbefall. Kelly, du siehst aus, als könntest du gut reizen. Ab ins Outfit, als würden wir auf dem Strich arbeiten. Und das gilt auch fürs Pferd. Awesome, I love my outfit and can't wait to ride my horse. Mädel, du hast das komplett falsche Outfit an. Hä, und das ist jetzt einfach das Game, oder was? Play again. Jazz, Darling, ich gebe dir jetzt nochmal das gleiche Outfit. Junge, das Game funktioniert überhaupt nicht. Das ist auf jeder Hinsicht komplett scheiße. Einen Punkt für Chica als Character. Die Pädagogik dahinter ist, es geht eigentlich gar nicht darum, welche Klamotten wir tragen und welche wir uns leisten können. Es geht darum, ob dein Pferd in Kübel scheißen kann. Die Angela ist wieder da. Mit Kackstreifen im Ast. Die mögen wir jetzt erst einmal ordentlich abbrezeln. Das sieht maximal scheiße aus, das nehmen wir. Hä, und das war es jetzt schon wieder. Ja, Mädchenspiele sind noch deutlich schlimmer, als wir alle dachten. Fünf von fünf Punkten für die nackerte Rosie. Ne, jetzt wirklich, wie soll ich denn hier irgendwas bewerten? Keine Ahnung, die Pädagogik ist, Angela sind per se besser, wenn sie fetter sind. Keine Ahnung. Hä? Dafür ging es beim nächsten Game richtig ab. Es gab schon viele Versuche, Minecraft zu einem Shooter zu machen, aber das hier ist der mit Abstand beschissenste. Angeblich ist das Ganze ein Multiplayer-Game, allerdings fliegen die Gegenspieler so durch die Gegend, dass ich einfach nicht annehmen kann, dass das tatsächliche Menschen sind und nicht einfach Bots. Positiv muss man anmerken, dass die Map aber tatsächlich ganz kreativ gestaltet ist, auch viel senkrecht. Außerdem wurden die Blöcke nicht einfach eins zu eins aus Minecraft übernommen, heißt, hier ist sogar etwas Arbeit reingeflossen. Das Gameplay ist aber leider immer noch komplett scheiße. Da vorne war ein Spieler, den holen wir uns. Ja, moin, was machst du hier? Aufs Maul gibst du Dominus. Zwei extra Punkte für den Mut, diese Schienentextur tatsächlich ins Game zu übernehmen. Man bekommt halt nicht mal mit, wann man stirbt. Man ist einfach plötzlich im You Die, Screen und dann hängt sich das ganze Game auf. Fünf von fünf Macaronis. Das Spiel ist auf Englisch. Ich würde es gerne auf Deutsch einstellen. Wenn ich jetzt aber versuche, hier runter zu scrollen, passiert eher hier. Man kann auch das Ding hier an der Seite nicht bewegen. So, was soll ich denn tun? Gutes Game Design. Man kann nicht als Nordkorea spielen. Drei Minuspunkte. Excuse me? Wenn man das Game startet, hat das Turnier eigentlich noch gar nicht angefangen, aber die Ukraine hat sich schon qualifiziert. Pädagogik, irgendwas zwischen 0 und 10, je nachdem wie ihr das findet, alter, keine Ahnung. Außerdem bin ich schon wieder zu schlecht für die ersten Level. Minus fünf Punkte, weil ich bin Pro-Gamer und das kann eigentlich gar nicht sein. Also Jokes aside, das Gameplay war gar nicht so scheiße, wenn man tatsächlich wieder versucht, alle Sterne einzusammeln. Und mit ganz gut meine ich zwei von fünf. Bei Kreativität ist halt jetzt die Frage, wie kreativ werden wir das, dass bei Deutschland gegen Ukraine wir Flaggen von Brasilien aufhängen. Schon irgendwie auch eine kreative Aktion. Drei Punkte. Alter, wenn ich jetzt noch einmal auf dieses Scheiß-Tor oben drauf schieße, ne? Alter, dann fliegt hier was. Mann! Mein Pferd heißt... Geiler Bummsengst. Okay, Steuerung, Horse Can Attack, Space zum Jumpen. Junge, wie viele Tutorials? Moin, hast du eine Quest für mich? Gang of Robbers, Alter, die kriegen aufs Maul. Junge, das ist ein Pferdesimulator. Das erste, was ich mache, muss das erst mal Menschen umbringen. 10 von 10 für die Story. Warte mal, wie kämpfen wir eigentlich? Das Schaf kriegt jetzt ein paar aufs Maul. Gut, er wehrt sich sogar, aber wir gewinnen. Hier am Busch kurz taktisch heilen. Junge, wer braucht Elden Ring? Pferdesimulator ist der Shit. Und wie weit sind diese Fickdiebe eigentlich weg? Wir nutzen die Zeit, um das Pferdedesign zu bewerten. Das ist eigentlich wirklich ganz pretty. 4 von 5. Jetzt gibt es fetzt eins auf die Schnauze, Junge. Oder wait, den Kampf verliere ich. Die vermöbeln mich ja komplett. Hilfe, Pferdl. Make Family, jawohl. Erst mal vor den Gegnern rumbumsen. Jetzt hilft er mir beim Kämpfen, jawohl. Aber die killen mich halt immer noch. Ich muss mir Pferde ficken. Moral, fucks, bitches, get money. 7 von 5. Komm, der eine ist gleich down. Okay, ich bin tot. Hier neue Quest. Pflanzen sammeln. Junge, ich will zu den Pflanzen. Kannst du mir bitte nicht in der Kamera rumtwerken? Dankeschön. 3 extra Punkte für Tierfetischisten. Ey, Mission fertig und wir können schon wieder Werbung schauen. Ich sage es wirklich nicht gerne, aber das hier ist mit relativ viel Abstand das beste Game, das ich heute spielen durfte. Und damit kommen wir jetzt auch zur anfänglichen Frage des Videos zurück. Wie scheiße sind denn Flash Games in 2024? Ziemlich scheiße. Aber wenn dich das ganze Video entertained hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn du den Channel abonnierst. Und während dieses Video erscheint, bin ich gerade live auf Twitch. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Und ich verspreche euch auch, ich bumse da keine Pferde.